Vor kurzem folgende Frage. Kann ich bei meiner Alde-Heizung eigentlich nur die Fußbodenheizung in Betrieb nehmen, ohne dass die Konvektoren heizen? Erste Antwort. Nein, geht nicht. Gibt es im Menü nicht. Dann nochmal nachgedacht. Hä, Moment, das machen wir doch auch. Und deswegen gibt es dieses kleine Video, denn dazu muss man ein bisschen was erzählen. Leute, jetzt genug von Einraumwohnungen. Oh, ist das herrlich, ne? Die Sonne kommt schon wieder. Ich habe mir extra ein Cap hier aufgesetzt, damit es nicht ganz so blendet. Und ja, wir sind gerade am, wirklich am hübsch machen der Einraumwohnung. Lack, Kunststoff werden aufbereitet, Unterfahrschutz, es werden Lampenträger ausgetauscht. Wir sind jetzt schon seit vier Tagen dabei und so langsam sieht er wieder aus. Warum? Weil wir jetzt nach Frankreich fahren wollen und dort ein bisschen den Frühling genießen wollen. Und wie das so ist, tagsüber ist es schon möglich warm und wie schön wäre es, wenn man doch trotzdem noch die Fußbodenheizung an hätte. Und genau mit so einer Fragestellung war jetzt gerade jemand im Internet und hat gefragt, kann ich das eigentlich separat schalten? Kann ich nur die Fußbodenheizung in Betrieb nehmen? Und meine erste Antwort, ja klar. Nee, doch, unter Umständen. Und deswegen dieses kleine Video, da muss man nämlich ein klein bisschen was zu erzählen. So, als wir unsere Alde-Heizung eingebaut haben, da haben wir dieses Teil hier benutzt. Seht ihr das? Das ist das Anschluss-Set. Das ist im Prinzip ein Hauptrohr, wo das Wasser, ich nenne es jetzt mal Wasser, die Flüssigkeit, das Glyko langläuft zu den Konvektoren und ein bisschen was wird abgezwackt. Das kann man auf dieser schematischen Zeichnung ganz gut sehen. Wo ist es? Hier. Da geht das warme Wasser, wird ein bisschen abgezwackt und dann kommt das abgekühlt wieder hier rein. Ich habe euch auch was mitgebracht, da kann man das nämlich viel besser erkennen. Ich muss mal eben sehen, wo ich mein Papier lasse. So, so sieht das Teil nämlich aus. Und das bedeutet jetzt, hier zum Beispiel kommt das warme Glykol an zu den Konvektoren und ein bisschen was geht jetzt hier runter in Richtung Fußbodenheizung, wobei es ja eigentlich eine Fußbodenerwärmung ist, aber das ist jetzt Kirschkernschnitzerei. Und es kommt dann ein bisschen kühler wieder zurück und geht dann wieder in den Hauptstrang mit zurück. Und wenn ich keine Heizung haben möchte, keine Fußbodenheizung, dann mache ich hier dieses Ventil einfach zu und dann habe ich nur Wasser in dem Hauptstrang und heize nur. Wie funktioniert das? Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ein kleines Rohr und dieses kleine Rohr, das fischt jetzt sozusagen einen Teil des Wassers ab, um es in die Fußbodenheizung zu geben. Tolles Prinzip, es ist leicht einzubauen, es hat keine Technik dahinter, es ist günstiger und hat aber einen entscheidenden Nachteil. Unsere Einraumwohnung ist sehr, sehr gut isoliert, deswegen geht die Heizung relativ selten an. Und was hat das für eine Konsequenz? Wenn sie relativ selten angeht, dann haben wir auch relativ selten, dass heiße Wasser im Fußboden stehen. Das ist der Nachteil dabei. Also haben wir uns irgendwann auf den Weg gemacht und haben ein Mischerpaket eingebaut. Das sieht so aus. Das seht ihr, da steckt schon ein klein bisschen mehr Technik dahinter. Das hat eine eigene Pumpe, das ist das Wirkprinzip hierbei. Was macht diese eigene Pumpe? Diese eigene Pumpe versorgt die Heizung separat von dieser Hauptpumpe, die die Konvektoren, also die Heizkörper, befeuert, sage ich jetzt mal. Und somit kann ich sie separat schalten. Wunderbar. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache meine Heizung aus oder mache sie ganz niedrig und lasse jetzt nur Fußbodenheizung laufen. Da ergeben sich aber noch ein paar Fragestellungen, weil es gibt nicht den Knopf, der sagt, nur Fußbodenheizung im Display. Da muss man ein bisschen verstehen, was da jetzt passiert. Ich drehe meine Raumtemperatur sehr weit runter, vielleicht auf 5 Grad. Weil es sowieso so muckelig frühlingshaft warm ist, dann brauche ich die nicht. Ich schalte meine Fußbodenheizung ein. Das heißt, sie sorgt dafür, dass in einem Intervall oder permanent Wasser durch die Fußbodenschleifen geleitet wird. Top! Jetzt ist die große Frage, wo kommt denn das warme Wasser her? Denn wir haben ja der Hauptheizung gesagt, geh mal auf 5 Grad und deswegen wird sie kaum angehen. Dann hilft ein Trick. Dann macht ihr nämlich einfach die Warmwasserbereitung an. Denn die sitzt in einem Frischwasserkessel, umgeben von dem Heizkessel. Und wenn das in der Mitte warm werden soll, dann muss die Heizung auch warm werden. Und das ist der Trick. Schaltet Warmwasser ein, dann habt ihr den ganzen Kessel mit Warmglykol gefüllt. Und die Pumpe kann das Warme wegleiten, ohne dass eure Konvektoren beschickt werden. Super, oder? Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe auch, das hat euch was genützt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Fahrt. Euer Knut. Euer Knut. Und dann kann ich euch anderen Sync Danke. Das ist Vüfin. Ich hoffe, das u mostra cuz auch wichtig serviertos americanos Explos zas. Ich hoffe, ich freue mich. Dann pr